Guten Morgen meine Freunde. Hier ist unser Hotel Hansen. Es gibt einen kleinen Teich und die Leute hier Fischangeln, die haben viel Spaß. Jetzt ganz frisch, halb acht, aber schönes Wetterfüllte Saison. Ich werde erst hier frühstücken, dann wieder losfahren. Unser Hotel ist hier. Sehr schöner Hotel, ein bisschen teurer.